Wir sind Helden um Frontrau Judith Holofernez. Spätestens mit nur ein Wort spielen sie sich in die Herzen und Beine der Fans. Das Album von hier an blind wird zur Nummer 1 und bleibt einfach mal 59 Wochen in den Charts. Angefangen hat es im Jahr 2000 beim Hamburger Popkurs mit Dozentin Jane Camerford. Ja, also ich weiß das genau, als Judith Holofernez in unseren Popkurs kam, weil diese Band Wir sind Helden hat sich da gegründet. Und dafür ist der Popkurs da, dass tolle, kreative Künstler auf ungewöhnliche Leute treffen und was ganz Neues entstehen lassen. Beim Popkurs war ich sehr eingeschüchtert. Nicht von ihr als Person, weil sie ist wahnsinnig nett, aber einfach, weil sie so unglaublich singen kann. Und ich eben nicht so selbstbewusst war, als ich da aufgekreuzt bin. Und ich glaube, ich habe den Gesangsunterricht bei Jane, das war immer so Gruppenunterricht. Und ich habe den hauptsächlich damit verbracht, zu versuchen, mich wegzuducken und mich brandzukommen. Aber ich erinnere mich, dass wir einen Gang entlang gegangen sind, in so einem Hochschul-Setting. Und ich dann dich gefragt habe, was machst du so? Und du meintest, ja, ich habe mal so in so einer Bluesband, habe ich so Beckings gesungen auch. Und ich dachte noch so, ah ja. Ich dachte, das wären die professionellsten Credits, die ich so habe. Ja, das war ein sehr starker erster Eindruck. Aus dem die große Liebe und eine Ehe wird. Zunächst dabei gründen sie Wir sind Helden und werden zum gefeierten Live-Act. Na, tatsächlich waren wir am Anfang ein bisschen in so einer komischen Situation, weil wir gemerkt haben, dass wirklich irgendwie die Konzerte schon echt toll waren. Aber keine Plattenfirma so richtig das machen wollte und so. Und es war so ein bisschen, wir hatten das Gefühl, es passiert was, aber es ging dann nicht so richtig weiter. Weil keine Plattenfirma will, machen sie ihre erste Platte selbst. Von der Aufnahme über den Vertrieb bis hin zum Merchandising. Mit selbstbemalten T-Shirts und eigenem Musikvideo. Die Leute bei MTV kannten den Song und haben das Video gesehen und haben gesagt, es ist so ungewöhnlich, dass wir das gerne spielen wollen. In dem Video gibt es eine Sequenz, wo dann Judith so dasteht und dann denkt, so, ja, und dann ich so zu Harald Schmidt und also, wenn sie sich quasi ihren Erfolg vorstellt und ich so zu Harald Schmidt und dann Harald Schmidt so zu mir. Und er hat das irgendwie gesehen, dieses Video. Und so haben wir uns quasi in Harald Schmidt reingeschleimt. Ein reingetrojanisches Pferdwut. Ja. In der Folge klappt es auch mit dem Plattenvertrag. 2003 erscheint ihr erstes Album Reklamation. Unter anderem mit der Single Denkmal. Unter anderem mit der Single Denkmal. Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Und jeder von ihnen jut weiß, dass es ihnen Liebe versaut. Was ich hier besonders finde, ist ihre Stimme. Die hat so eine, so eine, ja, wie nennt man diese Stimme? Ich kann das gar nicht beurteilen. Sie ist ein bisschen sexy, ein bisschen so reingehaucht. Und die ist so prägnant, dass sie einen extrem hohen Wiedererkennungswert hat. Zumindest zu dem Zeitpunkt damals. Und die Musik ist gut. Ich glaube, es ist halt einfach echt gewesen. Die haben halt einfach Gas gegeben. Und die haben sich ihre Fans erspielt. Und als ich auch beim Konzert war, ja, so stellt man sich halt eine Rockband vor. Mit Parolen müssen wir, die haben nur ein Denkmal gebaut. Reklamation landet auf Platz 2 der Charts. Das toppen die Helden nochmal. 2005 mit dem zweiten Album. Und natürlich mit der Single Nur ein Wort. Im Song verarbeitet Judith Teenie-Erlebnisse. Ständig fiel sie auf Jungs rein, die schweigend und grimmig in der Ecke standen. Das wirkte rebellisch, hatte oft aber andere Gründe. Aber ist es nicht auch, dass du quasi eine gewisse Tiefgründigkeit unterstellst, dadurch, dass jemand so still ist? Absolut, klar. Dass manchmal Leute dann aber stille Wasser, aber auch einfach nicht tief sind, sondern nur quasi stehende Gewässer. Ja, genau. Das Video zu Nur ein Wort ist übrigens eine Hommage an Bob Dylans Subterranean Homesick Blues aus dem Jahr 1965. Ich bin einer von den Dylans, die verstehen, wenn Leute das nicht schön finden, wie er singt. Also ich bin missionarisch, aber nicht so missionarisch. Ich sag den Leuten dann immer, hör dir das doch mal von jemand anderem gesungen an. Aber ja, als Songwriter kommt man an Dylans nicht vorbei. Der Erfolg von Wir sind Helden ist am Halten groß. Die Fans wollen sie live sehen und die Band erfüllt den Wunsch. Später wurde das dann schwierig. Also dann haben wir die Schnapsi-Idee gehabt, uns zusammen zu tun und dann später sogar zu heiraten und Kinder zu bekommen. Das heißt, wir waren dann fünf Jahre lang mit Kleinkindern auf Tour und dazu noch diese verschiedenen Städte. Und das wurde schon echt ganz schön sportiv. Und irgendwann ist sportiv dann gekippt in nicht machbar. Ja, kennen wir. Angelo hat fünf Kinder und der geht auf Tour mit seiner Familie. Ich habe vier Kinder und Angelo. Können zusammen Kelly Family machen. Wie? Was meinst du? Dann habe ich vier, du hast fünf, natürlich neun. Jetzt können wir das einfach die neue Kelly Family nennen. Die Joey-Angelo-Kelly-Family. Hört sich nicht so gut an. Family Joey-Kelly and Angelo. Kleingedrückt. Genau. 2012 ziehen sich Wir sind Helden zurück. Polaroid produziert andere Künstler. Judith Tullo-Fernes macht eigene, schöne Musik. Musik Musik .